Matrix-Formeln ermöglichen in Kalk völlig neue Wege, Rechnungen zu gestalten. Hallo und willkommen zu den OpenOffice 4.0 Kalk Tutorials. In diesem Tutorial werde ich zum einen Matrix-Formeln händisch eingeben, aber auch den Assistenten nutzen. Und ja, starten wir mal mit einer ganz einfachen Übung. Ich habe hier zwei Reihen in den Spalten A und B. Und hier kann ich natürlich sagen, nimm den zwei links neben dir und addiere den Wert einen links weiter. Und dieser relative Bezug, den kann ich mit einem Doppelklick auf Auto ausfüllen nach unten durchkopieren. So, jetzt stehen hier also überall die Summen der Zeilen links daneben. Und ja, jede Formel unterscheidet sich aber von den anderen. Ich lösche mal alles. Was denn, wenn ich hier markiere, ich habe jetzt die Zellen neben meinen Werten markiert und hier schreibe, nimm diese sechs Zellen, addiere diese sechs Zellen. So, wenn ich das jetzt nicht mit Enter, sondern mit STRG-Großschreibtaste Enter eingebe, habe ich hier eine Formel in der Matrix-Schreibweise. Ich habe hier die Matrix-Klammern gesetzt. Und hier ist jede Rechnung gleich vom Formelaufbau. Und hier wird halt, weil ich sechs Zellen markiert habe und mein Bereich pro Formel, ja, hier mein Bereich pro A2, A7 immer den Bereich daneben trifft, wird hier zeilenweise addiert. So, Teile dieser Matrix kann man nicht ändern. Ich versuche hier doppelt reinzuklicken. Ich muss alles markieren, alles markieren. Ich klicke mal auf FX. Ja, und da sehe ich auch, der Haken bei Matrix ist gesetzt. So, da gibt es dann noch andere Szenarien. Zum Beispiel möchte ich das Summenprodukt bilden. Also ich könnte ja jetzt hier zum Beispiel hingehen und immer die beiden Werte dort, die nebeneinander stehen, multiplizieren und von diesem Ergebnis hier unten an die Summe ziehen. Das wäre 46, steht da unten. Dafür gibt es natürlich schon eine wunderbare Funktion. Summenprodukt, aber, na, Summenprodukt von diesem Bereich, von dieser Matrix und von dieser Matrix. Aber ich möchte nicht so ein Produkt nehmen. Ich möchte das mal mit der Summenformel, mit Summe machen. So, Summe von dem mal diesen Wert. So, jetzt wird auch wieder erstzeilenweise multipliziert. A2 mal B2, A3 mal B3 und das jeweilige Ergebnis, erst das wird summiert. So, nicht Enter, sondern STRG, Schreibtaste Enter und hier kommt genau das gleiche Ergebnis raus. Diese Matrixformeln kann man auch für bedingte Summen setzen. Ich möchte von allen Werten die Summe bilden, die größer sind aus Reihe 1, größer als Reihe 2. Das wäre, dieser Wert ist größer und dieser Wert ist größer als die Nachbarwerte. Die anderen sind entweder gleich groß oder kleiner. Das heißt, 8 müsste rauskommen. Dieser und dieser sind größer als ihre Nachbarwerte. Ich könnte das ja normalerweise mit einer Wenn-Funktion prüfen oder ich frage einfach, ist der Wert größer als dieser? Und dann steht da falsch, nein, ist er nicht. Und überall dort, wo wahr steht, dort möchte ich den Wert haben und diesen addieren. So, jetzt mache ich hier mal Klammern drum und multipliziere einfach. Multipliziere einfach mal mit dem Wert da vorne. Das heißt, immer dort, wo falsch steht, kommt eine 0 raus und immer dort, wo wahr steht, wird mit dem Wert vorne multipliziert. Weil dann nämlich eine 1 bei rauskommt. Wahr ist eine 1. Kommt, trage ich hier den Wert 10 rein, steht der Wert hier. So, und jetzt habe ich hier also ganz viele einzelne Rechnungen und ich möchte die Summe von diesen Werten bilden. Und das mache ich auch wieder in einer einzigen Rechnung. So, ich lösche das mal. So, das mache ich in einer einzigen Rechnung. Ich sage nicht A2, sondern sage, gucke in diese Reihe. Upsa. Gucke in diese Reihe. Na? In diese Reihe. In diese Reihe. Multipliziere diese Reihe. Ich prüfe, ob diese Reihe größer diese ist. Und zwar zeilenweise. Und wenn das so ist, kommt da ein wahr raus. Und dann wird mit dem jeweiligen Wert aus A multipliziert. Und von dem ganzen Ergebnis möchte ich dann die Summe haben. Auch hier wieder ein Steuerung, Großschreibtaste, Enter. Zack. Und dann habe ich hier die Summe 14 für diese beiden Werte. Mache ich den Wert gleich groß, kommt da unten nur die 4 heraus. Wenn ich schon weiß, dass es eine Matrixfunktion wird, kann ich bei der Formeleingabe hier halt das Zeichen für Matrix drücken. Für Matrix, da nutze ich dann halt den Funktionsassistenten. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass ich die Summe bilde. Und ich, Moment, ich mache die Formel mal im Funktionsassistenten. Ja, wenn ich schon weiß, dass ich die Summe bilde. Gehen wir da rein, dass ich die Summe bilde. Ja, von was denn? Von diesem Wert. Und multipliziere oder addiere. Ups, ich komme da nicht zwischen. Und addiere oder multipliziere. Nehmen wir mal multiplizieren. Mit den Werten, die hier stehen. Ja, und ich weiß schon, das ist eine Matrixfunktion. Und dann klicke ich auf Matrix und dann wird mir, ich klicke auf OK, dann wird mir hier sofort die, ja, geschweifte Klammer vorn und hinten angezeigt für Matrixfunktionen. In der Reihe Excel und Matrixfunktionen habe ich hier schon eine ganze Menge Videos gezeigt, die hier auch in OpenOffice Calc genutzt werden können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Video.